Hallo und schön, dass du da bist. In diesem Video erkläre ich dir, wie du dein Kaliope Mini so programmierst, dass er zum Musikinstrument wird, mit dem du sogar die Ode an die Freude von Ludwig van Beethoven spielen kannst. Bist du schon gespannt? Dann fangen wir besser mal gleich an. Der Kaliope Mini verfügt ja an seinen Ecken über diese goldenen, kreisförmigen Anschlüsse. Diese nennt man Pins. Von diesen Pins kann man jene, die mit Zahlen bezeichnet sind, also 0, 1, 2 und 3, als Eingangssensoren verwenden. Das bedeutet, dass wenn ich beispielsweise mit einem Finger meiner rechten Hand Pin 1 berühre und mit einem Finger meiner linken Hand den Pin mit dem Minus, dann fließt über meinen Körper Strom. Und das wiederum kann der Kaliope als Signal erkennen, wodurch ein bestimmtes Ereignis, in unserem Fall hier beispielsweise, das Abspielen eines Tones erzeugt wird. Und das bekommen wir folgendermaßen hin. Zu Beginn hole ich mir aus dem Bereich Kontrolle ein Wiederhole und endlich oft mache und baue es an den roten Startblock an. Dann gehe ich nochmals in den Bereich Kontrolle und hole mir ein Wenn mache und baue hieraus ein Wenn Pin 1 gedrückt mache. Als Aktion wähle ich das Abspielen einer Musiknote aus. Das geht mit diesem Block hier. Statt einer ganzen Note nehme ich eine Achtelnote und auch die Tonhöhe kann ich auswählen. Da habe ich mal das eingestrichene E genommen. Wenn ich das einmal in der Simulation betrachte, dann siehst du, dass Pin 1 schon einen Ton abspielt, die anderen Pins aber noch nicht. Um dies zu ändern, dupliziere ich mir diesen Block einfach ein paar Mal und belege hiermit dann auch Pin 2 mit der Note F und Pin 3 mit einem G. Und da ich auch noch Pin 0 zur Verfügung habe, fertige ich auch hierfür noch ein Duplikat an und belege Pin 0 mit der Note D. Wenn ich das noch einmal teste, dann kannst du jetzt hören, dass ich schon ein bisschen die Ode an die Freude spielen kann. Allerdings noch nicht ganz, denn ein letzter Ton fehlt mir noch. Und den packe ich auf den Knopf A. Dazu hole ich mir ein Wenn-Mache und baue hieraus ein Wenn-Taste-A gedrückt und spiele hier mit der Länge einer Achtelnote dann das eingestrichene C ab. Das übertrage ich noch auf mein Calliope Mini und schon steht Freude schöner Götterfunken nichts mehr im Wege. Ich wünsche dir viel Freude beim Musizieren. Bis bald!